stop freunde bevor wir mit dem video starten grüßt mir einen aktiven zuschauer und in der heutigen video hat der liebe maximilian horso geschafft herzlichen glückwunsch falls du auch gegrüßt werden willst kommt hier einfach einen netten kommentar tropen abo tropen like aktiviert die glocke freunde ganz ganz easy ist du auch schon mal mitmachen wolltest dann komm in mein discord erst link in der video beschreibung ganz ganz viel spaß mit dem video was das heute im fernsehen wieder heiße frauen darauf steht mein bruder aber doch leute heute wieder neuen tag und freunde ohne mein bruder gibt es schaut gerade bestimmt fern sich irgendwas da gibt mir bestimmt wieder auf uns sagt heute was läuft so heute im fernsehen eigentlich ja keine ahnung und warte mal böse freundin sucht freund nachbarin straße 8 warum steht es auf meinem computer komisch egal kommen wir gehen einfach mal runter was mein bruder so macht eigentlich immer oder eigentlich um ein dachboden sein ich weiß jetzt nicht wo ist oder hallo nicht da wo es hat denn ich glaube erst unten wie immer nach unten schon mal ob da unten ist ich irgendwas er lacht sich da ein verreckt oder was macht er wieder da ist das ist die beste serie dieser welt so geil ist aber denn da entschuldigung auch heim master master bruder was was machst du ich gucke nur ganz normal fernsehen ganz normal fernsehen ja bruder was du schaust sie da irgendwelche egal kommen wir vergessen das warum hast du schnell weggeschalten wir gucken mal da hinten ist ein fußball fußball was ist ein fußball da leute das fußball hast du kein fußball bro muss ja hin und er ist aber verschwunden komisch was machst du denn da nicht hast mich doch komisch 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 kinder essen ist fertig aber aber meine sendung die läuft noch ich muss sie doch zu ende kommt ja wir wollen noch fernseh schon fünf minuten geht es keine fünf minuten jetzt ja okay kommen wir müssen jetzt essen man ich habe keinen bock was gibt es denn heute ich hoffe heute gibt es bestimmt wieder vergammelter braten mit vergammelten kartoffeln hast du nicht gehört okay was gibt es denn heute erdbeerkuchen wir kriegen jedes mal erdbeerkuchen ich will ich ich lebe schon von erdbeeren bauch liebt auch von erdbeeren du auch ja mittlerweile sieht das auch schon so komplett komisch aus guck da mal rein mittlerweile jetzt durch so viel ich habe so oft gegessen dass es jetzt einmal so blöd komisch für mich aussah ja kann ich vielleicht alleine zum burger king gehen wie ja ich will ich habe bisschen hunger und ich habe auch sagen ja ich habe auch so ein mädchen kennengelernt wo hast du hast du schon gefreutin der papa ja ich soll ich sagen ich bin in der kennenlernphase ich bin ja schon müssen hier sexy aufgebaut so was ja komm das sieht doch mal gut aus damals ist dein bad ab und dann geht er hin ja ich glaube frauen stehen auf bertha ich gehe einfach so hin okay ja dann geht das mal an was ist das sie ist aus wie ein meandertaler ja tut mir leid ich gehe da mal los okay okay viel spaß gut dann gehe ich mal los warte mal freunde ich muss noch nicht nach hause ich wollte ich muss mal kurz so ich muss mal kurz das mädchen anrufen weil ich habe es hier eigentlich als freund ich muss immer kurz eigentlich mal kurz die tür zu dass hier niemand zuhört okay dann rufe ich sie jetzt mal ganz ganz kurz an ja ich bin funkel und wir haben uns ja kennengelernt und ich wollte fragen ob wir uns vielleicht heute treffen ja also ich habe überlegt dass wir zum burger king lagen gehen und dann ein bisschen essen gehen vielleicht ja okay ja okay aber geht in meinem bruder los der sonst schon seit einer stunde los sein okay freunde ich lege jetzt mal auf okay ja also wir gehen jetzt los ich bin ja schon fertig eigentlich ich dusche mich eigentlich nie und ich denke halt immer also ich glaube das sollte gehen aufgefallen ich gucke mir nochmal spiegel an wie ich aussehe sie ja nicht recht okay aus wir gehen jetzt einfach los freunde ich habe ich keinen bock mehr und müssen jetzt los warte mal wir sind schon viel zu spät ich hoffe niemand legt mich jetzt ab oder was machst du da ich gucke das bücherregal an oder okay das buch ich jetzt lesen soll was okay ja ich bin jetzt weg ne okay okay viel spaß und ich stecke jetzt einfach in meinem ferrari ist mein vater er darf das hoffentlich einfach nicht checken und wie mein bruder petz mich oder so freunde dann würde ich sagen wir fallen jetzt mit dem lambo schon zum burger laden die wird sich bestimmt denken dass ich reich bin freund das ist das ist gut so muss ich das vorstellen ja ich bin ja eine schon mit ihr zusammen alles darf ich meinen eltern natürlich nicht erzählen wie siehst du aus ja ich bin älter geworden das ist doch ganz normal also was ist mit der los warum ist sie so angezogen was ist mit dir passiert die war damals viel hübscher okay na gut ein cheeseburger ein eis und eine cola für mich was willst du denn gerade gerne haben schatzi ja es gibt viel einmal ein dreifach so viel okay ich weiß nicht ob ich das ganze bezahlen kann warte mal warte mal ich muss ich muss kurz auf toilette scheiße was vorne nein 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 scheiße 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 leute 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 nein nein ich muss kurz gucken ob ich mein geld dabei habe nein ich habe mein geld nicht dabei egal scheiße wie wie die regel da schon ich werde einfach dann abhauen oder so ich weiß es nicht egal gut so sorry ich war ein bisschen länger weg ihre bestellung wird ein paar minuten serviert wenn sie irgendwelche beschwerden haben werden sie sich bei mir ok dankeschön ok wo wollen wir uns hinsetzen hier ok perfekt wie geht es dir so ja ganz in ordnung hast du schwimmen warum siehst du so aus wie du aussiehst ja was ist denn mit dir los ich habe ein marschall ab 40 oder marschaller beine ich bin überhaupt beim sport so schnell geht es du siehst ja so aus als hättest du zugekommen also ob du beim sport warst ich weiß nicht magst du mich nicht mehr du bist komisch warum bist du so angezogen aber damals hatte so einen anderen stil da warst du eine schöne nette frau und jetzt bist du auf einmal psycho ja dass du jetzt hässlich aussiehst eigentlich so aber jetzt nicht so dich doch mal was ist mit dir los mann wir sind noch zusammen eigentlich oder nicht ja was soll das warum bist du so ja weil sie haut einfach auf was soll ich denn machen jetzt ich habe noch gar alles gemacht was mache ich denn jetzt freunde ich schreibe hier hey wie geht es ich bin ja auch ich denke ich mache auf jeden fall schluss weil dieser typ der bart der ist blau gekleidet der beschwert über meinen klamottenstil ganz ehrlich so einen typen brauche ich nicht wenn er mich haben will dann sollte er sich erstmal bessere klamotten holen ganz ehrlich ja ganz ehrlich ich mache schluss ich hab' nicht den bocken auf dich so video aussiehst du so nein 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 habe ich jetzt gemacht was soll ich machen ich habe ja das ist krümer ich wollte eine verstellung jetzt reg mir nicht auf und du regst mir auch auch mit denen losmann ich brauche keine gratis bestellung so hau wir jetzt hier ab mann zu einsteigen na klar die haut einfach ab leute was ist mit meiner freundin passiert sie ist einfach böse geworden sie hängt jetzt mit anderen bösen typen ab ich muss sie jetzt sofort finden und sie mir wiederholen wo 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 wo